Was braucht man sich um gar nichts zu kümmern und wird hier natürlich dann herzlichst empfangen. Dann erstmal die Voruntersuchungen und bei mir ist es natürlich ganz extrem. Ich bin ein wahnsinniger Angstpatient. Also Zahnarzt war für mich immer ein rotes Tuch. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit Zahnärzten und ja, hier war das alles ganz anders. Hier freut man sich auf den Folgetermin. Das ist also total unterschiedlich. Also ich hatte weder Schmerzen noch sonst irgendwie was. Ich musste nie Angst haben, weil ich immer optimal beraten wurde. Mir wurde alles ganz genau erklärt. Es hat sich jeder um einen gekümmert. Es waren immer mehrere Leute um einen rum, wo dann auf einen beruhigend eingewirkt haben. Und somit war man total entspannt bei der Behandlung. Also ich habe mich riesig gefreut auf jede Behandlung. Hier, ich habe jetzt Riesenspaß, einen Riesenspaß. Ich habe jetzt gerade eben, hat man mir die Implantate gesetzt. Das war gerade mal vorgestern. Ich habe keine Schwellung. Ich habe keine Schmerzen. Ich habe überhaupt nichts. Ich fühle mich mehr als prima. Und ich bin Gott froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich fühle mich nicht als Patient in diesem Sinne. Also hier kommt man rein. Hier, ich weiß nicht. Es ist alles so familiär, so einfach nur toll. Und man lernt hier so viele nette Leute kennen. Also nicht nur vom Team von Dentapract. Es ist sowieso unfassbar. Die ganze Klinik ist für mich unfassbar. Also die Leute auch hier. Man trifft hier sehr, sehr viele Angstpatienten. Und mit jedem, mit wem man redet, die sind alle nur begeistert. Also nur begeistert. Ich kann es nur weiterempfehlen. Also Dentapract ist die Adresse, wenn es um Zähne geht. Und vor allem, wenn man Angstpatient ist. Man braucht sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Also wenn Zahnarzt, dann Warnah. Ich kann es nicht mehr, wenn es um Zähne geht.